Diese verfluchte Scheiße ist in der ganzen Umgebung von Eglau aufgetaucht. Jemand versucht, die deutsche Moral zu untergraben. Und warum denken Sie, dass es einer von uns ist? So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Von hier fahren Vorwerke in die ganze Gegend. Neben Mehl kann man auch dieses Geschmierer ausfahren. Haben Sie schon mal einen solchen Dreck gesehen, Herr Horror? Ich habe Sie etwas gefragt. Haben Sie so etwas schon mal gesehen? Nein. Mich würde interessieren, was Sie darüber denken, Herr Horror. Wer verteilt sowas wohl, hm? Ich weiß nicht. Oh doch. Ich glaube, Sie wissen mehr. Was macht es denn? Ein Verräter weniger.